Hallo, ich bin Phyllis Kohler, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Ich freue mich, die Gifhornerinnen und Gifhorner für den Wahlkampfauftakt 2016 zu motivieren, gute Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Am 11. September 2016 wollen wir genauso stark werden wie beim letzten Mal oder noch stärker. Also liebe Gifhornerinnen und Gifhorner, geht wählen, wählt Grün!